Nein, kann man nicht hinlegen. Kann man nur immer da oben holen. Oh, wie ätzend. Ich stellst du trotz, geht jetzt nichts eventlos? Jo, also jeder auf so'n Ding. Ich hol schon mal ne Pulle da oben. Ganz rechts ist noch ein Platz frei. Ne, ganz links. Ne, in welche Richtung guck ich? Wird gar nichts falsch sein, oder? Doch, da. Ja, jetzt ist gut. So, ich hab jetzt so ne Pulle und gar nichts tun. Scheiße. Ich denke, der... Ah, ne, erwischt sie jetzt hier. Daaa, so, da ist er. Schon da? Oh ja. Mussten wir die Elementare jetzt töten? Komm, komm. Hat schon nicht grad den Debuff? Ich hab den Debuff. Ich bin... ...tot. Du bist ja jetzt total für'n Arsch, ey. Müssen wir jetzt noch hier drauf stehen bleiben? Nee, dann kannst du runter. Ja, jetzt musst du... Ja. Aber eigentlich müssen wir drauf stehen bleiben, sonst werden das immer mehr. Ich verraubte den Debuff und kann gerade ab, glaube ich. Ja, es werden auf jeden Fall mehr, ja, aber sonst kommst du ja nicht an den Boss dran. Also ne? Ja. Ja. Ich hab ja die Elemente. Ich hab ja die Elemente. Hä? Klappt überhaupt nicht, wie's man so sagen darf. Ja, das hat letzter... Du wurd irgendwie angespuckt von dem Ding, aber... Wenn das halt jetzt fallen, dann ist er von Arsch. Schaut auf, dann müssen wir eben retten. Ich hab's jetzt. Zwei, ja, ja. Schnappt euch immer so'n Mini-Elementar zum Töten, oder was? Damit ihr wieder aufstehen könnt. Ich bin schon wieder schwarz. Ich bin schwarz. Bei ihm. Ich versuche mal nie draus zu kloppen. Ich muss den erstmal ein paar Aids weg machen. Bei ihm. Im Boss kann man auch nirgends hin pullen, oder? Das ist Fernkämpfer. Ich glaube, die Aids sind relativ schwach auf der Brust, ne? Ja, da kommen auch nicht wirklich viel mehr raus jetzt, oder? Aber wir sind irgendwie mal gleich wieder da. Ich versuche einfach mit Aids ein paar weg zu machen. Wir müssen einfach Aids drauf kloppen und dann... Jo, danke dir. Ich versuche jetzt aber trotzdem nochmal. Ja, oder? Ich mache um euch mal hier so ne Blase, dann könnt ihr mal ein bisschen Kette geben da. Scheiße, waff. Der will jetzt abhauen wahrscheinlich. Jo, wieder auf die Dinger. Keine Dinger da, alle grün. Bin hier noch so ne Salzsäule. Besser wieder. Ich fühlte schon wieder geteert hier und gefedert und sonstiges. Ich bin schwarz. Also es ist einfacher zu sterben, wenn man schwarz ist und dann einfach sich irgendein Teerelementar zu schnappen und dann einfach wiederbeleben. Fertig. Alles andere ist für ne Arsch. Was? Ich bin jetzt rausgekommen. Aha. Oh, schon wieder. Mitnacht mal retten, wenns geht. Ich bin schon wieder schwarz. Ich flippe auf. Ich bin schon wieder schwarz. Und schon wieder. Will er mich verarschen. Das hat auch irgendwas mit der Distanz zu tun. Wenn ich nah dran stehe, bin ich auch andauernd. Ne, das hat glaube ich irgendwas mit den schwarzen Kreisen zu tun. Ah, okay. Ich bin gerade in einem Dring gestanden für etwas länger als eine Sekunde und dann wurde ich schwarz. Das war bei dir glaube ich gerade auch so, als du da wunderbar direkt nach dem Sprung eingefroren bist. Ich bin irgendwie bin ich Ich würde da stealing nichts mehr. yer mei Ich lande Ich will jetzt noch mal technische Schatten greifen. Ach, Scheiße. Der Arne, du kannst mal ein Stückchen weiter wegrennen. Gucken, dass eventuell der Boss nicht reset ist. Lauf doch mal weg. Lauf doch mal weg. Ja. Sonst seid ihr wieder tot. Ja, dass er wieder kracht hat. Also ich mal kümmere mich um die Ads, weil ich glaub das mit dieser Flasche rumschleppen, das ist total bescheuert. Weil er das nicht resetet, komm, drauf. Doch. Nach dem zehnten Mal haben wir eine... Ich bin schon wieder geteert und gefedert hier. Ist das nervig. Oh, das hält 60 Sekunden. Ich hab's gerade mal getestet. 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 in dieser schwarzen Felder gehört unternehmen. Das dumme ist, wenn die sind stehen. Das ist doch immer gut, dann kommen wir erstmal wieder in Ruhe wiederbeleben. Da ist er wieder. Für GREAT JUSTICE! Ey, so ein Kack! Nehm mal die Flasche an, hol mich mal... Ne, okay... Ah, jetzt bin ich doch reingekommen. Die Flasche an! Die Flasche an! Na, super! Na, super! Ha, ha, ha! Die Flasche an! 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 Ich bin so stark als ein Baer! Ich hol mich hier raus, ich hol mich hier raus. Ach bist du? Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Oh, es trinkt was. Jawoll. Yes. Bist du immer noch drin? Passiert dem wie gar nichts. Mach was anderes. Ja, aber du brennst, das ist schon mal nicht schlecht. Ich gehe schaden, ich kriege jetzt Damage von dir und... Dann mach ich dich kaputt, warte. Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist nicht wirklich gut. Stell dich mal einfach auf den Springbrunnen, dass der Boss wieder kommt. Vielleicht geht's dann weg. Ja, versuchen wir es mal. Ach so, oder? So eine Minute warten. Ach, auch immer durch kalt. Alter, du den Schert, wenn das nicht funktioniert, ne? Vielleicht geht das nur während des Bosskampfs. Wäre zwar auch ein bisschen stupide, aber... ... ... ... ... ... ... ... ... Nein, hehehe, damn! Und mich rum? Ja, tot ist er und ich bin hier wieder gedünst, oder was? Mann, 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 ey. Hier liegt sogar noch ein extra Schechelchen für irgendjemanden. Meins, meins. Ah, das ist jetzt. Ja wunderbar, Nick. Ja, also am besten ist ausweichen, damit es gar nicht erst so weit kommt.